so leute eigentlich wollte ich euch heute den xp trick verraten und zwar für die season 8 ihr könnt jeden tag ab 16 uhr in den kreativen modus join eine eigene lobby erstellen und euch ein emote nehmen der die ganze zeit durchläuft das macht das so zucker zwei stunden kriegst du circa 100.000 xp und zwar jeden tag das resettet sich jeweils um 16 uhr das heißt einfach rein schon in der eigenen lobby die folos nimmt euch irgendein mod und bewegt euch vielleicht noch also es gibt ja die mit numlock die möglichkeit dass ihr euch automatisch bewegt und ja das macht da jetzt so circa ein oder zwei stunden zwei stunden am besten und ihr kriegt jeden tag gratis xp dafür resettet um 16 uhr ich wünsche euch viel spaß damit so kommt schnell auf level 200 allklar ich bin raus